Was geht ab, meine Freunde und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Amherz, die Divinity Edition. Ja, wir sind hier stehen geblieben, um uns erstmal hier ein bisschen zu verteidigen, unseren Seeweg ein bisschen zu verteidigen, weil jeder Hans und Franz kann über den Fluss laufen. Aber wie wir den verteidigen und ob wir heute in dieser Folge schon in den Angriff übergehen, werdet ihr nach dem Intro sehen. Ja, meine Freunde, natürlich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier. Wir sind dabei, uns hier ein bisschen den Seeweg zu verteidigen, unsere Schiffe kommen nach und nach hier zurück. Natürlich, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, wenn ihr neue Folgen online kommt. Und jetzt werden wir uns hier erstmal nochmal ein paar Öppchen zulegen. Und auf den Ton da anzugreifen. Sanzt euch einfach da hin. Verteidige ich den Standort. Mehr braucht gar nicht. Du hast gerade nichts zu tun. Dann geht da mal hin. Du kannst ihm Gesellschaft leisten und... Ja, da auch. Gut, ihr macht das schon, ihr macht das schon. Das kriegen wir alles von der Ratshandel nicht hin. So. Ähm. Ja. So, direkt. Äh. Die nächsten drei Schiffe schon mal. Meister Lampe, du bleibst da sitzen. Was machen wir alles später? So. Wo schützen und Tempel, das haben wir auch schon. Ich bräuchte nur allem... Was jetzt so gesund ist, weiß ich nicht. Da haben wir. Wo läufst du denn lang? Okay. Ähm. Ich bräuchte nochmal zwei Dorfbewohner. So. So, Ramses und Reh Division ist unser Fein. Wir sollen Kriegstour natürlich ins markierte Gebiet bringen. Das ist das hier. Ähm. Hier können wir mal einen Dings bauen. Eine Waffenschmiede. Die kann ich gut gebrauchen. Könnt ihr am besten gleich zwei Stück. Einmal da. Und... Da direkt. So. Da auch eine bauen. Zwei Stück am besten. Das sieht doch schon mal perfekt aus. So. Ähm. Ja, lassen wir das mal erforschen. Das auch. Einfach, weil wir es können. So. So. Ähm. Perfekt. Nicht genug Holz. Wäre schon cool, wenn ich schon mal mit noch ein bisschen mehr Holz kriegen würde. Und das ist irgendwie schnell. 180 brauche ich. 180 brauche ich. Nee. Ich baue mal lieber eher ein... Komm. Komm. Links dahin. Dann geht er schneller. Alle Mars. Und da hinten auch. Ich habe meine Schiffe getötet. Dreck sagt. Gut. Äh. Ja. Wie kann das Holz ab? Boom. Ähm. Äh. ja wie machen wir das jetzt wir bauen mal hier noch ein turm in sicherheitshalber doch mal dahin macht hat man locker flockig so man sieht das doch schon mal alles ganz anders aus wo ist eigentlich unser held er bleibt erst mal schön hier reden sind aber ganz toll wir haben schon wieder genug holz das ist schon wieder super ein katapult kann schon mal hinterher wir können es auch nicht lassen mal was aber kann sagen warum wird das raus gut ah ja dann und um das schön braucht mir doch mal hier vorne ein hafen könnte jetzt mit zwei schiffe dahin packen die erstmal meine leute doch ich bin jung noch mal mit dem gold rufa Hallo. Einfach nur da stehen und verteidigen erst mal. So. Ich könnte da... Oh. Wo geh denn jetzt hin? So. Jetzt bleibt man hier. So kümmert euch hier um die Schiffe. So. Perfekt. So. Wir können noch mal zwei dazu. Hier. Geht mir jetzt erstmal... Oh ne. 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 Ich hab da was für euch. So. Und ich hoffe ihr lauft nicht so voll in den Feind hinein. das wäre scheiße einfach nur die ich den turm da zerstören das wäre richtig super ich wusste es so kommen wir hier vor dem da so zurück Oh Gott! Work! So, perfekt. So, perfekt. So, bringt das mal da eben hin. So, dann haben wir nämlich schon das erste weg. So, dann haben wir die erste Kriegstour schon weg. Und dann haben wir gesagt, die erste Kriegstour, die uns gehört. Oh, unsere Schiffe sind weg. Ja, gut. Oh, ihr habt nichts zu tun. Dann, ähm... Geht euch erst mal da hin. So. Oh. Oh. So, dann haben wir den Roten auch schon weg. So, dann haben wir die Reh-Divisionen besiegt. Oh, hau, 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 hau. Oh, hau, 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 hau. Wir haben ja gleich schwere Geschützer aufgefahren. So. So. Hallo. 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 Oh, okay. Ich bin da oben nicht kaputt. Ich bin da oben nicht kaputt. Das ist gar nicht so lustig. So. Jetzt kriegen wir das auch alles locker flockig hin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie doch so einfach, äh, zu besiegen sind. Was? Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Okay. Wir haben ja meine Soldaten von meinen Katapulten weggelotst. Das war ja jetzt nicht so lustig. Weg da, Jungs, weg da. Wir werden jetzt so abgeschlachtet, ne? Das ist so heftig. Wir haben, wir sind schon sehr gute Geschützer aufgefahren. Da gehts. Oh, das war Weggelotst. Das war's. Oh, das war's. Denn was nicht nur ein anderes. Wir haben eine Strecke. Oh. Oh, das war's. Oh. Oh! oh man doch ich habe unsere katapulten gleich weg wenn ich jetzt nicht was tue meine güte das helft ihnen doch mal jetzt gucken wir doch mal ein paar kornspeicher können wir doch erstmal weg machen ohne größere probleme bei ernst versuch ging so so ihr fall holz da ist doch einer wie hell amputiert kann man eigentlich sein da fällt mir nichts mehr zu ein ihr beiden und mann hier könnt ihr unten mal was bauen so klein ist vor fest aber ja meine freunde so ist das nun mal hier haben wir uns ganz schön aufgerieben hier jetzt baut erstmal das zu ende und dann machen wir auch gleich die folge und beenden wir die folge auch gleich so baut das mal eben zu ende und dann am besten jetzt hier noch zwei stelle und dann ist klar und zwei bohungen schießanlagen komm her ich krieg dich du kleine miese ratte komm her krieg dich das glaubt man dass mein sensenreiter nicht kriegt ich muss ja auch angreifen danke zurück so habt ihr jetzt das ding da kaputt zu wenig holz auf einmal gut wie wir zurück später gut dann sage ich mal so wir beenden diese folge hier meine freunde in der nächsten folge werden wir uns hier noch eine kleine armee aufbauen mit streitwagen und steuernwerfern sind ja noch keine katapulte sind nur steinwerfer streitwagen und steinwerfern und dann werden wir uns auch die zweite kriegstour von den ägypten holen und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst ein abo da und aktiviert die glocke wenn ihr keine weiteren folgen mehr verpassen wollt und natürlich eine bewertung wie ein daumen nach oben oder unten so wie ihr möchtet und bis dahin sagt dann erstmal tschülle haut rein ich börne herz und bis dann